Hallo du lieber Herzensmensch, ich freue mich, dass du hier bist, dass du hier eingeschaltet hast zu dieser besonderen Folge, weil ich mal wieder etwas teile, was mir sehr am Herzen liegt und schon bei der kurzen Vorbereitung auf diese Folge habe ich gemerkt, wie emotional das Thema ist, im Sinne von ich bin unfassbar dankbar, dass die Seelensprache, um die es ja heute gehen wird, so viel Gutes in mein Leben gebracht hat bzw. mir völlig neue Welten eröffnet hat. Darum soll es heute auch gehen, vor allem, was die Seelensprache für dich und für dein Leben bedeuten kann, da ich mir sehr gut vorstellen kann, dadurch, dass dieser Podcast genau dich angezogen hat, dass du über die Seelensprache schon ganz gut Bescheid weißt oder verfügst, auch wenn vielleicht noch nicht bewusst und ich möchte es dir mit dieser Folge ein bisschen bewusster machen, wenn du mich noch gar nicht kennst, weil das durch Zufall, durch Schicksal so gewollt ist, dass du jetzt diese Folge hörst, dann mag ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Host dieses Podcasts, große Überraschung. Ich mache ganz viele Sachen und alles mit dem Background, dass ich die Menschen in ihrer Intuition bestärken möchte, dass ich dir helfen möchte, zu erkennen, wer du wirklich bist, warum du hier bist und eben deine wahre Version zu leben und nicht irgendwelche Masken, die du gelernt hast im Laufe deines Lebens aufzusetzen, um Schmerz zu vermeiden, um Liebe, um Anerkennung zu bekommen. Diese Zeiten sind vorbei. Wir sind in einem riesengroßen Wandel und ich fühle mich berufen, da aktiv mitzuwirken, indem ich ja meine Reise mit dir teile, auf der ich genauso bin wie du. Und ja, wie gesagt, in dieser Folge geht es um die Seelensprache. Das hat auch einen Grund, warum das Thema genau jetzt angeflogen kommt. Und zwar wird es einen letzten Durchlauf geben von meinem Online-Programm Erwecke Deine Seelensprache, wo es darum geht, wirklich deine Hellsinne zu trainieren und ja, wieder in Einklang mit allem zu kommen, was ist, alles zu verstehen, dich mit deiner Intuition zu verbinden, die Tiere zu verstehen. Jenseitskontakte sind möglich. Alles ist möglich und im Einzelnen gehe ich darauf natürlich gleich ein in dieser Folge. Ich mag dir aber vorher noch etwas verraten bzw. dich von Herzen einladen, weil am 4. Januar und ich muss jetzt gerade parallel blättern, vielleicht hörst du das, wenn nicht ist mein Mikrosuper, am 4. Januar. Das ist ein Samstag um 10 Uhr. Da wird ein Live-Call stattfinden. Ein kostenfreier Live-Call, wo ich nochmal auf das Thema ja primär und in die Tiefe eingehe, wo du mir deine Fragen stellen kannst, wo ich das Online-Programm nochmal vorstelle für alle, ja, die in Resonanz gehen. Und es wird stattfinden in meiner Facebook-Gruppe Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden, also gleichnamig wie dieser Podcast. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du dabei sein magst, wenn du zu dem Zeitpunkt keine Zeit hast, es ist kein Problem, weil es eine Aufzeichnung gibt. Und ja, du kannst dann einfach danach reinschauen und es dir ja zu der Zeit, wo du die Möglichkeit hast, anhören. Und das noch kurz, bevor es dann richtig losgeht. Vom 4. Januar bis einschließlich dem 11. Januar kann man sich für Erwecke deine Sehensprache anmelden. Ich packe dir den Link schon mal in die Shownotes. Kaufen kann man erst ab dem 4. Januar. Also wundere dich da nicht, dass es noch nicht funktioniert. Falls du schon mal ein bisschen stöbern möchtest, in die Inhalte reinschauen und so weiter. Und am 13. Januar geht es dann ganz intensiv los. Genau, jetzt starten wir aber mit diesem spannenden Thema und ich mag dir eben auch verraten, warum es mein Leben wahrhaft verändert hat. Wir fangen mal ganz am Anfang an und zwar bei der Frage, was ist denn eigentlich konkret die Sehensprache oder auch Tierkommunikation, die Kommunikation mit der geistigen Welt. All das ist für mich eins und der Überbegriff, das ist für mich die Seelensprache, was nichts anderes bedeutet, als dass wir unsere Hellsinne nutzen können. Wenn wir geboren werden, wir kommen alle mit den gleichen Potenzialen zur Welt und es hat aber auch einen Grund, warum manche andere Potenziale entwickeln als andere. Das hat wieder mit deinem Wesenskern, mit deiner Seele, mit deiner Uressenz zu tun. Und es ist auch so, dass wir eben alle mit diesen angelegten Hellsinnen geboren werden. Für die Kinder ist es absolut normal, darüber zu empfangen. Und im Laufe der Zeit lernen wir, uns nicht mehr auf diese Hellsinne zu verlassen, sondern auf unsere physischen Sinne als auch den Verstand. Und mich bewegt wirklich alles, was so in die Stille geht, in die Tiefe geht. Herz, Intuition, dem Herzen folgen. Und das andere ist sehr laut. Das, worauf wir geprägt wurden als Kind. Und frühestens oder spätestens, viel besser gesagt, in der Schulzeit, da geht es dann ja richtig los auf Leistung, Verstand, der Logik folgen und so weiter. Und wir haben, wie gesagt, diese Hellsinne mitgebracht und ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass du hier diesen Podcast hörst, dass du entweder schon bewusst von deinen Hellsinnen weißt, ich sage dir auch gleich, wie du es merken kannst, oder aber du hast das und du kannst es gar nicht richtig einsortieren. Vielleicht wird es gleich noch klarer, wenn ich so ein bisschen von meiner persönlichen Story teile. Aber erstmal, was ist es überhaupt? Wir haben genau dieselben Hellsinne, wie wir physischen Sinne haben. Wir können hellhören, hellsehen, hellriechen sogar, hellschmecken, hellwissen und all diese Sinne, die wir also im physischen haben, haben wir auch in dieser ganz leisen, wissenden Variante. Und du kannst es dir ungefähr so vorstellen, dass wenn ich in Kontakt mit einer Seele bin, ganz egal, ob das mit meiner eigenen Essenz ist, mit meiner Intuition, mit der ich mich verbinde oder mit den Tieren oder anderen Menschen, ob lebend oder verstorben, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, völlig egal, weil die Seele ist, die Seele ist eine Frequenz, ist Bewusstsein. Und Bewusstsein bzw. Energie kann nie nicht existieren, sondern nur seine Form wandeln. Mittlerweile wissenschaftlich anerkannt. Klammer auf, Klammer zu, habe ich vergessen. Ich liebe es. Endlich. Endlich kann man es auch für den Kopf begründen. Ja, denn es war bei mir auch so, dass ich wirklich in meiner Kindheit, das war für mich normal, zu fühlen, zu wissen, was andere Menschen und Tiere denken und fühlen. Das war normal. Aber irgendwann begann ich das in Frage zu stellen, weil ich dann natürlich gelernt habe, wie, das kann nicht jeder, wie, das weißt du nicht, das spürst du nicht, das ist doch offensichtlich. Und ich wurde dafür immer komischer angeguckt bzw. war das so ein unbewusstes Vergessen und Einschlafen und das passiert bei ganz vielen schleichend. Kinder haben Wahrnehmung und denen wird nicht vertraut, nicht aus böser Absicht, sondern wir geben es so weiter, wie wir es selbst gelernt haben. Und du kannst nur das an Wissen weitergeben, was du eben erfahren hast. Und wir sind in einem Wandel, wie schon im Intro erwähnt, und für mich gehört die Seelensprache zu diesem Wandel dazu, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das irgendwann normal wird, dass es zu einer weiteren Art der Kommunikation wird und das beobachte ich schon jetzt. Gerade in den sozialen Medien, das kennst du bestimmt auch, wenn du auf Facebook oder Instagram unterwegs bist, dass da dann Werbung aufploppt und man spürt sofort, ob das echt ist oder ein Fake, ob das authentisch ist, ob da was dahinter steht oder eben nicht. Und auch das können wir mit den Hellsinnen erspüren. So und bei ganz vielen verkümmern diese Hellsinne. Und ich vergleiche die Hellsinne immer sehr gern mit einem Muskel, weil wenn du einen Muskel außer Acht lässt und ihn nicht trainierst, links liegen lässt, dann wird er immer schwächer. Schwächer, 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 schwächer und verkümmert irgendwann. Aber er ist da. Du kannst ihn jederzeit reaktivieren. Und genauso ist es mit deinen Hellsinnen. Da spielen ganz viele Faktoren mit da rein. Und genau das passiert eben auch in meinem Online-Programm Erwecke Deine Seelensprache, wo es ja ganz intensiv eben darum geht, zu erkennen, welche Hellsinne genau gibt es, wie trainiere ich die, wie lasse ich meine Zweifel los und all das. Und ich mag dich jetzt mal mitnehmen. Ich glaube, dann wird das alles viel verständlicher in meinem Leben. Und es war halt so, dass ich schon in meiner Kindheit das Gefühl hatte, ich bin irgendwie anders. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Also es ist ja immer so als Kind, man bezieht ja alles auf sich. Und dadurch, dass alle anders waren, habe ich natürlich gedacht, mit mir stimmt halt irgendwas nicht. Und es hat mich immer extrem zu den Tieren gezogen. Wir hatten damals sehr, 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 sehr viele Tiere. Und heute macht es für mich absolut Sinn, weil ich ja, ja, ich habe mich selbstständig gemacht als Tierkommunikatorin 2011. Und ich bin den Tieren so unendlich dankbar, weil sie halt da waren, als mein Herz noch verschlossen war, als ich noch dachte, mit mir stimmt was nicht, dass irgendein Fehler, dass ich hier bin, mich in Frage gestellt habe. Und dann gab es einen Shift-Moment. Und dazu muss ich noch sagen, dass ich schon immer als Kind, ich habe schon immer Sinnfragen gestellt. Warum sind wir hier? Was passiert nach dem Tod? Ich wollte das ganz genau wissen. Und ich habe mich immer gewundert, dass es keiner wusste und dass es auch irgendwie niemanden beschäftigt hat scheinbar. Das war mir ein Rätsel. Und dann bin ich, da war ich 15 Jahre alt, in einer Fernsehreportage auf das Thema Tierkommunikation aufmerksam geworden. Und ich weiß noch, wie ich es damals gesehen habe. Mit meinem allerersten Freund, der hat das mitgeguckt. Und ich saß da und habe nur gedacht, ja, ist klar. Und gerade, ich wollte dann ja auch cool tun, vor meinem ersten Freund und so. Und habe das selbst ins Lächerliche gezogen. Kann man sich das heute vorstellen? Ich schon, weil ich war ja auch dabei. Und ja, habe mir an die Stirn getippt und habe echt gedacht, ja, komm, verarschen kann ich mich alleine. Und irgendwas in mir, heute weiß ich, das war mein Herz, meine Seele, die den ganzen Weg schon kannte, hat angeklopft und hat gesagt, boah, wäre das nicht toll, wenn du deine Tiere zu 100% verstehen könntest, sie alles fragen könntest. Und das war schon eine Phase, muss ich dazu sagen, wo ich sehr, sehr tief schon eingeschlafen war, mit 15. Ja, wo ich Angst geprägt war, ne, alles im Leben ist Glück, entweder ist Glück oder ist Pech und du musst die richtigen Menschen kennen, weil du sie nicht kennst, hast du Pech. Und ach, also null Urvertrauen und sehr verstandesgeprägt. Und ja, dann hat mich das Thema irgendwie nicht losgelassen, aber ich habe dann, ja, irgendwann war die Reportage vorbei, der Alltag ging weiter, das Leben ging weiter. Und ungefähr drei Monate, ich weiß es nicht mehr genau, ein paar Monate später bin ich durch ein Reitforum, in dem ich damals war, wieder auf die Tierkommunikation gestoßen. Und zwar war da eine Frau, die ein Thread erstellt hatte, mit der Bitte, also sie wollte halt Fotos haben von Pferden, um mit denen üben zu können, weil sie gerade einen Tierkommunikationsbasiskurs besucht hatte. Und du musst dir vorstellen, damals, das Wort Tierkommunikation, hast du es bei Google eingegeben, kamen zwei Seiten. Also das war noch total neu und total, ja, also erwähnt es bloß nicht, weil dann kommst du vielleicht in die Klapse. Und dann merke ich die Zeit, wie schnell sich das alles wandelt und das finde ich super cool, dass man heute viel entspannter darüber reden kann, als noch 2011. Genau, und dann, ja, war ich natürlich total neugierig, habe mir da alles angeguckt und, ja, hatte dann Kontakt mit ihr aufgenommen, weil sie hat dann diese ganzen Übungsgespräche reingestellt und die Leute haben ihr ein Feedback gegeben. So arbeiten wir übrigens auch in Erwecke Deine Seelensprache, um halt wirklich zu schauen, okay, stimmt es denn, was ich da empfange, um Sicherheit zu bekommen, um Verstand von wahrhaften Empfang unterscheiden zu können. Und das Feedback war einfach grandios, wo ich dachte, das gibt es doch nicht, das gibt es doch nicht, die können doch nicht alle unter einer Decke stecken und das inszenieren. Und vor allen Dingen, was haben die davon? Ja, und dann bin ich über diese Frau auf das größte Tierkommunikationsforum gestoßen, was es damals gab. Das gibt es heute leider nicht mehr, alles hat seine Zeit. Und ich bin da voll eingetaucht, ich bin diesem Forum, diesen Menschen so unendlich dankbar, weil damit fing mein Erwachen so richtig an. Ich werde es nie vergessen, ich war dann auch Moderatorin irgendwann in diesem Forum, ich war da sowas von aktiv. Ich habe es einfach geliebt, mit Haut und Haaren, weil ich kam da rein und mein Kopf hat die ganze Zeit gesagt, alles Schwachsinn, alles Schwachsinn. Aber mein Herz fühlte sich zu Hause. Und dann, also da waren ja noch andere Themen, bin ich auf die Wiedergeburt gestoßen und die Menschen haben genau das gesagt oder geschrieben, was ich schon immer gefühlt habe. Und dadurch habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, boah, vielleicht stimmt mit dir ja doch alles. Also auf einmal gab es da tausende Menschen, die so fühlten und dachten wie ich. Und so kam ich immer wieder mit mir in Berührung, weil ich wieder aufgemacht habe für mich. Weil ich nicht dachte, ja, hier ist ja keiner in meinem Umfeld, ich muss mich ja irgendwie anpassen. Und da hat sich dann so eine neue Welt aufgetan. Und deswegen war die Seelensprache, die Tierkommunikation wirklich mein Tor in diese Welt. Und das ist es für sehr, sehr viele. Also wir sind ja an einem Punkt, wo die Menschen wirklich die Chance haben, tief zu sich zu erwachen. Und es gibt ganz viele Wege da rein, ganz viele wachen auf. Ja, durch Schicksalsschläge, durch, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist und man sich anfängt damit, sich zu beschäftigen. Bei ganz vielen ist es eben auch die Tierkommunikation, die Halt finden an ihrem Tier und das Tier verstirbt oder ist vermisst. Und dann kommt die Verzweiflung, die ganzen negativen Emotionen und dann öffnet man sich für diese Themen, wo man sich sonst an die Stirn tippt. Und dann merkt man, dass da ganz viel Wahrheit wartet, Herzenswahrheit. Und deswegen hat die Seelensprache für mich alles bedeutet. Und ich mag dir nochmal kurz sagen, was es macht mit meinem Leben und was es auch mit deinem Leben machen kann, wenn du dir da vertraust. Weil du hast diese Stimme, das ist die Intuition. Und alles andere ist einfach so, so, so laut der Kopf, die Gedanken, die Glaubensmuster. Und es geht wirklich wieder darum, zu unserem Wesenskern zu kommen, zu fühlen. Du weißt alles schon, intuitiv. Und wenn wir die Hellsinn bewusst trainieren, wird es immer leichter. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich vor neun Jahren, acht, neun Jahre, wir haben ja bald schon 2020, ja, das war ein anderes Leben. Ich war ein komplett anderer Mensch, weil ich mich dadurch, dass ich mich so auf meine Intuition verlasse, auf das Leben, auf die Seelensprache, man fühlt alles. Ein Beispiel, du triffst einen Menschen und du weißt sofort, wie dieser Mensch tickt, welche Baustellen er vielleicht hat, was er denkt, welche Absichten er hat, ob er ein reines Herz hat oder nicht. Du weißt das. Und das ist dir natürlich sehr dienlich auf deinem Weg, weil du weißt, ja, wo du deine Zeit investierst, deine Lebensenergie, wo nicht, wo du besser Abstand hältst. Du weißt, welcher Job für dich bestimmt ist, du weißt, welches Tier zu dir gehört, welcher Partner. Du weißt, ob es Zeit ist, ein Kind zu empfangen oder nicht. Du weißt alles. Und es ist auch oft so ein in meinem Leben, ich weiß, da kommt was, aber noch nicht. Jetzt zum Beispiel, wir haben Ende 2019 und ich sehe das ganze Jahr 2020 vor mir, natürlich nicht das ganze Jahr, aber ich sehe so Eckpfeiler. Ich spüre einfach, da ruft mich was und ich sehe das vor meinem geistigen Auge. Und jetzt würden viele meinen, ja, das ist halt eine Visualisierung und dann visualisierst du das und Gesetz der Anziehung und dann ziehst du es in dein Leben. Nö. Das dachte ich ganz lange, dass das so ist, bis ich irgendwann gemerkt habe, das stimmt gar nicht. Und man kann sich auch Ego-Wünsche so manifestieren. Irgendwann habe ich erkannt, dass ich nur die Dinge vor meinem inneren Auge sehen kann in der Zukunft, die für meinen Seelenweg bestimmt sind. Das heißt, umso erwachter ein Mensch ist, desto klarer sieht er seinen Seelenweg. Und das heißt nicht, dass das immer einfach ist, also einfach im Sinne von leicht und easy peasy und so, sondern nein, du kommst natürlich an deine Themen, du kommst an deine Ängste, du kommst an deine Grenzen. Und genau da sind ja die Punkte, die dich wachsen lassen. Und ganz ehrlich, viele von euch wissen schon, gerade die mir schon länger folgen, ich stehe gerade an einem sehr, sehr großen Wendepunkt meines Lebens. Und ganz ehrlich, ich habe schon oft gedacht, aber du kriegst ja nur die Aufgaben gestellt, die du auch meistern kannst. Und noch vor Jahren hätte ich meine ganzen Werkzeuge nicht, meine Hälsene, meine Intuition, das Wissen, die Erfahrung, ich wäre hier dran zerbrochen. Und jetzt ist da Vertrauen, inneres Wissen, Wissen, dass es gut ausgeht. Und ich habe nicht nur leichte Phasen. Und was ich damit sagen will, ist, dass auch hier diese Seelensprache S trägt mich, weil ich weiß, ich fühle, was die Menschen, die Tiere um mich herum fühlen, empfinden. Und es geht dann natürlich nicht darum, das manipulativ zu nutzen oder irgendwas, sondern einfach zu spüren, was ist für dich dran, was ist stimmig für dich, für deinen Weg und um anderen zu helfen. Das ist auch so ein Geschenk, dass ich jetzt Frauen begleiten darf in einem ganz intensiven Programm, wirklich eine Eins-zu-eins-Begleitung. Und all die Frauen, die da jetzt so nach und nach in das Programm kommen, ich sehe sie. Ich sehe, wo sie jetzt stehen und gleichzeitig sehe ich das Potenzial, wo sie reinwachsen können, was ihr wahres Selbst ist und auch, was man bis dahin noch entblättern und wegsprengen kann sozusagen. Also die ganzen Ängste transformieren, Glaubenssätze, um zu der wahren Version immer mehr zu werden. Und das gehört auch zu dieser Reise, dass diese Blockaden da sind. Ja, was hast du für Möglichkeiten mit der Seelensprache? Ich habe jetzt schon einige Sachen angerissen. Du kannst mit den Tieren kommunizieren, du kannst alles verstehen. Warum lässt sich ein Pferd plötzlich nicht mehr reiten? Warum ist die Katze nicht mehr stumm rein? Warum zieht der Hund an der Leine? Und so weiter und so fort. Du kannst dich mit deiner Intuition verbinden, um zu erfahren, was ist jetzt dran in deinem Leben? Welcher Lebensbereich? Stimmt die Beziehung noch für mich? Stimmt der Wohnort für mich? Der Arbeitsplatz? Whatever. Die Intuition kennt immer die Antwort. Immer. Und du kannst mit anderen Seelen kommunizieren und anderen Menschen helfen. Quasi das, was ich eben gesagt habe, dass ich die Frauen, die ich begleiten darf, dass ich sie sehe und das hilft mir. Ich verstehe sie. Und das ist für mich normal. Und deswegen sagte ich am Anfang, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir genau so ist. Und ich möchte dir sagen, das ist immer das größte Thema, die größte Gabe, die wir hier mit auf diese Erde bringen, dass wir da oft denken, ja, aber das ist ja normal. Das ist nichts Besonderes. Und das war für mich immer so. Ja, es ist doch normal, dass ich weiß, was alle denken und fühlen. Das ist doch total normal. Das weiß auch jeder. Aber nein, das ist nicht so, habe ich dann irgendwann erkannt. Und ich sage das so vehement, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es dir eben so geht. Dass du spürst, du hast deine Fähigkeit. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen. Weil oft reiben wir uns auf. Darum geht es dann auch in dem Programm, was im Januar startet. Und eben zu lernen, sich zu schützen, in Anführungszeichen. Aber nicht im Sinne von Trennung und Angst, sondern aus der Liebe heraus in deiner Energie zu bleiben. Darum geht es. Und du hast auch die Möglichkeit, mit Verstorbenen zu kommunizieren. Ich habe schon gesagt, dass ich ja Energie nur verwandeln kann. Energie verändert die Form, aber es löst sich niemals auf. Das heißt, wenn wir unseren Körper verlassen, dann verlassen wir diesen Körper. Aber wir sind nicht dieser Körper. Und mit dem, was den Körper verlässt, nämlich unsere Seele, unser wahres Sein, das ist wie so ein Bewusstseinsfeld, wie ein Wissensspeicher. Mit dem können wir immer kommunizieren. Immer. Egal ob ein verstorbenes Tier, ein verstorbener Mensch. Egal ob erdgebunden oder am Licht. Das ist jetzt nochmal ein Extratema. Du kannst mit allem kommunizieren, was ist mit allem. Und du kannst es dir auch vorstellen, das kam mir gerade so. Das ist nämlich immer total crazy und manchmal schwierig für mich. Aber darum geht es auch, das zu lernen, wenn man damit arbeiten möchte auch, das zu übersetzen. Weil wenn ich etwas empfange, egal ob jetzt von der Seele, von einem Tier oder von mir selbst, ich empfange das binnen Millisekunden. Binnen Millisekunden ist zum Beispiel die ganze Vergangenheit eines Tieres da. Und dann brauche ich Minuten lang, um das dem Menschen dann zu erklären. Dann habe ich das und dann war das und das und das. Aber das war in Millisekunden da. Und so funktioniert das. Das ist Seelensprache, das ist Hellwissen, das ist sich verbinden mit diesem Bewusstseinsfeld. Und es gibt natürlich auch Grenzen, weil wir können nicht in den freien Willen anderer eingreifen. Gott sei Dank. Du kannst natürlich nicht, weil das ist oft so eine Erwartungsein. Das war es früher. Ich weiß gar nicht, wie es heute noch ist. Aber wenn ich da an 2011 und die ganzen Anfänge denke, das war immer dieses Denken, ach cool, dann kann ich mit meinem Tier sprechen. Und dann sage ich ihm, dann soll es nicht mehr ins Haus pinkeln. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist genau wie bei den Kindern oder bei den Partnern. Nur weil du mit denen kommunizieren kannst in der gleichen Sprache, heißt das ja nicht, du sagst was, sondern dann machen die das. Das hat ja einen Grund. Und der hat übrigens bei SoWay ganz oft was mit dir zu tun. Darum jetzt auch übrigens in dem Programm um die Spiegel, weil die Tiere, genau wie unser Umfeld, sind unsere Spiegel und wollen uns was zeigen. Und auch da können wir die Seelensprache nutzen, um zu fragen, was hat es mit mir zu tun? Warum begegnet mir dieses Thema und wie kann ich es bei mir heilen und auflösen? Genau. Und abschließend mag ich einfach sagen, dass die Seelensprache für mich alle verändert hat und ich kann mir heute beim besten Willen nicht mehr vorstellen, ohne zu sein. Die Seelensprache ist für mich wie zu einer zweiten Muttersprache geworden. Neben der deutschen Sprache ist es für mich total normal und ich weiß, wie oft wir weggebracht werden von dieser inneren Stimme, von unserer Intuition, von unseren Wahrnehmung, weil andere Menschen etwas sagen, was nicht stimmt. Und mir fällt gerade ein Beispiel ein. Zum Beispiel, ich muss an ein eigenes Beispiel denken, aber das passt gerade nicht so. Ich nehme das jetzt einfach mal. Ich muss an meine Tochter Mila denken und an ihren Opern, Anführungszeichen, weil es nicht der leibliche Opa ist und genau, wir haben sie aber darauf geprägt. Also wir haben ja gesagt, das ist der Opa, das ist halt der Lebensgefährte meiner Mutter und ich fühle exakt, was er denkt und fühlt über Mila, weil er von einem ganz anderen Schlag ist, ein ganz anderes Weltbild hat, ein ganz anderes Denken, ganz andere Glaubensmuster und er respektiert und akzeptiert meine Mutter und mich in unserem Sein, weil wir sehen Mila halt auf Augenhöhe und respektieren sie und gehen auf sie ein. Und er ist halt noch eher vom alten Schlag, vom totalen Erziehen und Respekt haben und so weiter und so fort. Und das fühle ich einfach. Und wenn man ihm das dann sagt, dann sagt er, nee, nee, also mich stört das nicht, macht ihr mal. Aber, und dann, das ist nämlich genau das Dilemma, das machen so viele Menschen, man fühlt etwas, dass es dem anderen unbehaglich ist und dann sagen wir das und dann sagt der andere, nein, 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 um dich nicht zu verletzen, aus Ängsten heraus. Bei Milas Opas ist auch eine Angst, die spüre ich auch, da weiß ich auch, ich weiß exakt, was seine Angst ist, warum er da lügt. Und das ist ja auch okay, ich werte darüber auch gar nicht, aber das sind halt diese Dinge und ich habe ja gelernt, damit umzugehen und ich mag dich jetzt auch gerade darin bestärken, weil ich weiß, du hast schon eine super Intuition, du hast diese Intuition und stell das bitte nicht in Frage, nur weil andere Menschen dann was anderes sagen. Sie haben ja ihre Gründe, warum sie was sagen. Du hast das ja bestimmt auch schon mal gemacht, dass du nicht die Wahrheit gesprochen hast, weil es dir unangenehm war, um den anderen nicht zu verletzen. Das Problem ist nur, dass die Person oder wir selbst dann denken, ja dann, ach so, dann hat das gar nicht gestimmt, was ich da gefühlt habe. Das ist ja jetzt anders. Aber du kannst dir vertrauen. Immer. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn ich dich sehe, wenn ich dich begrüßen darf, vielleicht beim Live-Call in meiner Gruppe, wo du mir alle Fragen dazu stellen kannst, die jetzt vielleicht dir aufkamen. Schreib sie dir auch gerne auf. Du kannst mir alle an Fragen stellen, was dir so in den Sinn kommt. Und da startet dann ja auch die Möglichkeit, sich anzumelden am 4. Januar. Das ist ein Online-Programm mit sieben Modulen und ich werde es ganz genau dann auch im Live-Call vorstellen. Vielleicht folgst du mir schon auf Facebook oder Instagram. Da werde ich auch ganz viel teilen zu den Inhalten. Ich werde auch so ein paar Geschenke und Tipps und Tricks dir mit auf den Weg geben während der Zeit, wo man sich anmelden kann. Und ich freue mich einfach auf diese Reise, weil ich weiß, was es auf der Welt verändern wird, wenn wir alle wieder mit dieser Seelensprache in Berührung kommen und vor allen Dingen lernen, diese Zweifel abzulegen. Deswegen habe ich dem übrigens ein ganzes Modul gewidmet. Zweifel, Skepsis, loslassen, dir vertrauen. Egal, wo du gerade bist, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.